herzlich willkommen meine lieben freunde bei banished wir haben ja gerade angefangen hier im hardcore hart modus zu spielen und haben auch glaube ich auch schon groß groben fehler gemacht gehabt wir hatten nämlich gar keine samen wir hatten keine samen und das ist natürlich selten dämlich weil da müssen wir natürlich warten bis wir überhaupt einen händler haben wir haben heute die folge 25 von banished wir haben heute den freitag und jetzt ist schon winter ach du meine güte winter und wir haben auch kaum was zu essen ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen doof ja 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 okay holz haben wir ja was mit ihm los ach so wir haben brennholz haben was sagt er okay brennholz haben ein bisschen so die leute laufen ja ziemlich schnell essen haben wir auch okay so der plan war jetzt dass wir nicht ich wollte nicht zu schnell expandieren das war wohl der knackpunkt wenn man zu schnell expandiert steine haben holz haben wir wenn wir das ding hier umbauen in ein steinhaus warte mal da brauchen wir vielen für gut so viel holz haben wir auch wieder nicht mehr eisen oder was dann verbraucht brauche wohl nicht so viel dann geht es den leuten besser die brauchen nicht so viel brennmaterial mehr wie sieht es denn eigentlich aus mit eisen eisen haben wir oder ist das alles eisen ich weiß gar nicht mehr welche aufträge hier laufen brauchen wir mal ein paar steine so richtig oder habe schon wieder eine ganze weile nicht mehr gespielt ich erst wieder dran gewöhnen wie das hier läuft so nahrung kann eine fischerhütte reicht um die ganzen leute hier über den winter zu bringen ach so in den kommentaren stand ja das feld kann ich hier getrost wieder abreißen da ich ja eh keine samen habe nicht dass da noch ein unnützer weiß jemand da arbeiten möchte so okay dann müssen wir mal gucken dass wir hier die leute erstmal nur vom fisch ernähren oder dass wir so schnell wie möglich ein händler markt auf markt bauen haben wir denn die ressourcen um jetzt schon einen markt zu bauen nee da wir brauchen mehr holz wir brauchen mehr holz okay dann gucken wir mal dass wir hier ein bisschen mehr holz ran holen wir machen jetzt auch immer nur so kleine stückchen nicht dass wir hier nachher noch total ablosen so wie sieht es aus mit stein haben wir auch nicht ich frage mich wofür die den ganzen stein verbrauchen stein brauchen wir auch noch hier hast du markiert oh gott im tiefsten winter gut brennholz haben sie ja nahrung haben sie auch einigermaßen aber stein sieht schlecht aus warum habt ihr hier keinen stein meine lieben freunde warum 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 der ufo man fragt immer warum 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 guck mal hinten gibt es steine ohne ende holt euch mal die steine hier hinten so noch mal glubschen eisen haben wir 40 eisen was ist was jetzt los loxisloh ja klar sind doch dabei hier ähm holz zu ernten so wir haben schon frühling sehr schön so wir brauchen mehr holz er macht weiter ähm unser brennholz planung hier die läuft weiter zwei leberer ein bilderer okay jetzt holt mal ein bisschen holz ran meine lieben freunde so jetzt würde ich sogar frecher weiß weil wir haben ja gar keine andere möglichkeit noch eine zweite fischerhütte bauen eine zweite fischerhütte vielleicht sollten wir die warte mal wie war denn das die sollte doch an dem fluss stehen so war mir das so war mir gott helfe ich brauche dafür 30 holz deshalb geht das jetzt schon mal gar nicht hier wird schon mal fleißig holz gefällt okay was haben wir hier eigentlich achten gator der sammelt ja ähm na ihr wisst ja was er sammelt bären und zeugen jetzt sind wir mal ganz unverschämt und bauen hier einen weg vielleicht bringt das was aber wir dürfen natürlich nicht so expandieren ich habe jetzt eine weile gnomoria gespielt das ist ja auch so habe ich die erfahrung gemacht wenn man da ungeduldig ist und zu schnell expandiert weil man so baugeil ist das wird dann gar nichts gut wir müssen geduld haben wir könnten jetzt natürlich auch schnellste schnelligkeit spielen aber habe ich gerade nicht so die lust ich will glaube ich jetzt einfach nur eine zweite fischerhütte bauen oder ein gate über eine huntingkabine eine huntingkabine wäre nicht schlecht hier vielleicht hier hinten da waren ja viecher gucken wo könnte man die hinbauen hier haben wir noch keine verbindung hier rüber müssten wir erstmal eine brücke rüber bauen oh guck mal was hier für ressourcen sind alter also diese sichtstörung durch das wetter hier die nerven mich nach wie vor das wirklich ein so realistisch es auch sein mag für mich ist es ein totaler ja weiß nicht so ist es wieder schön so viel wetter muss nicht sein so viel realistisches wetter ja ich weiß jetzt nicht mit der guck mal hier hinten ist ja auch noch platz guck mal hier oben mal hier die huntingkabine reinbauen die frage ob wir dann da müssten wir einen tunnel durchbauen da mhm mhm kompliziert kompliziert hier könnten wir die hinbauen so jetzt habe ich ja einfach mal eine huntingkabine hingebaut würde jetzt sogar mal so weit gehen dann noch von der kabine aus dem weg zu bauen wo ist denn die sieht man auch wieder sehr gut irgendwo hier muss sie sein so und dann fängt hier der weg an okay dass der dann hier lang geht und hier lang und hier lang okay das müsste doch passen oder so jetzt sollen sie mal die huntingkabine bauen ein bisschen holz haben wir jetzt könnten wir eigentlich hier noch das limit ein bisschen höher setzen dass wir sagen okay alter mach mal 450 dann müssen wir hier ein bisschen vorräte ansammeln vom brennholz vielleicht guck mal hier sind die alle ooooh sind da viele warum habe ich die huntingkabine nicht hier ich glaube die reichweite von der huntingkabine die geht überhaupt gar nicht bis dahin grx ich könnte natürlich jetzt auch rotzefrech noch eine zweite huntingkabine hier hinten bauen was aber schon wieder übertriebene Expansionen wäre vielleicht mal gucken achso natürlich brauchen wir da ja auch weitere Einwohner könnten wir ein Boardinghaus bauen da brauchen wir 100 oh 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 wir haben auch gar keine Steine mehr ein Holzhaus könnten wir auch nicht bauen wenn wir keine Steine haben wie sieht es mit einer Holzbrücke aus eine Holzbrücke jetzt wir vielleicht hier mal den Anschluss finden hier rüber geht das ja bauen wir mal hier eine Holzbrücke hin tja jetzt müssen wir warten ich habe jetzt auch keinen Bock irgendwie so auf super schnell zu spielen das finde ich immer ein bisschen langsam oh die Musik ist ja echt dramatisch bringt ihr jetzt noch Steine oder habt ihr die ganzen Steine hier wegge... Seid ihr hier am Steine abbauen? markiert ist es hm hm er hat schon wieder da das Brennholz schon wieder voll ok aber wir haben auch nur zwei Laborer hm das ist aber vier Fischer da möchte ich nicht drauf verzichten äh hm Steine wir brauchen mehr Steine ja die Holzfütt die äh Dings hier wäre schon nicht schlecht wir können uns auch nicht leisten irgendjemanden abzuziehen oder? den Woodcutter so wir ziehen mal den Woodcutter ab dass der jetzt erstmal vorübergehend als Laborer arbeitet Fischermann Fischermann möchte ich nicht abziehen wir haben einen Builderer der uns die Brücke wahrscheinlich bauen wird äh der wahrscheinlich hier auch irre an diesem Weg zu tun hat wenn er hier ok Reserve on what is low? Tools is low ach du meine Fresse oh ne ich hab doch jetzt überhaupt gar keine Rohstoffe um Tool-Dinger zu bauen warte mal wer war denn das hier der das gebaut hat äh wo ist er denn? hier der Schmied hm ach das ist der Brunnen achso wir haben ja mit Feuer eingestellt so da können wir nur hoffen ja der braucht jetzt alle unsere Steine Eisen haben wir eigentlich genug ich weiß gar nicht wie wann als brauchte man Kohle eigentlich ja Kohle gibt es ja auch als Ressource wo kriege ich die Kohle her? oh Gott oh Gott wo kriege ich denn Kohle her? da brauchte ich doch ein Kohle Bergwerk war das so? das ist ja schon wieder echt keine Ahnung wie lange 3-4 Wochen her wo ich das gespielt habe äh warte mal Kohle Bergwerk hier Query eine Mine für Steine eine Mine für Steine achso hier gibt es die Kohle für Eisen oder Cola gibt es noch eine Mine oh alter guck mal was die brauchen an Ressourcen müssen wir noch warten schon wieder Winter? oh Gott ja ich sehe schon das wird so nicht ja wir werden mal versuchen geduldig zu sein und den Leuten hier eine Chance geben wir haben auch selbst wenn jetzt ein Händler kommen würde wir haben gar nichts was wir anbieten können die 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 mein lieber Herr ihr Sangsverein Steine holen sie jetzt ran Holz 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 Holzholz. Guck mal, hier die kleinen Bäumchen hier, die könnt ihr doch auch ab. Die stören doch bloß. Was soll man da mit den einzelnen Dingern hier? Guck mal, und hier können wir doch sogar, wie war denn das? Hier konnten wir sogar einzeln solche Sachen hier ernten, wa? Ja. Die werden wir gleich mal mitnehmen. Kräuter oder was das war. So. Oder können wir die sogar markieren? Ja. Na gut, dann markieren wir mal alle Ressourcen hier in diesem Gebiet mitnehmen. Oh, hier liegt noch ein Stein. Warum habt ihr den noch nicht mitgenommen? Da haben wir Eisen. Okay. 15 Steine. Vergesst es. Also die Fischerhütte macht gut Nahrung hier, solange wir nicht noch mehr Häuser bauen. Aber ist jetzt schon wieder low. Stone ist low. Hier liegt doch ein ganzer Haufen. Mann, hört doch auf. Du, was hat er für ein Problem hier? Arbeitslos? Und Spaß dabei, oder was? Oh. Arbeitslos und Spaß dabei. So. kurzerhütig war jetzt mal das Essen. Alle, wir haben jetzt Winter. Okay, Brennholz haben wir genug. Ich würde jetzt mal wieder einen Woodcutter einstellen. Dann noch ein Gate über. Der Hunter ist noch nicht fertiggestellt, oder? Mal gucken. Wo war denn das? Hier, hier hinten war das. Naja, die versuchen es mehr schlecht als recht. Dauert natürlich elendig lange hier diesen Weg zu bauen, den ich da angegeben hatte. Hm. Oh, und die Vorräte gehen jetzt völlig im Ende zu. Habt ihr hier welche reingelegt? Ja, okay. Dann habe ich natürlich Verständnis dafür. Hier wird weiter Holz abgemäht. Oh, hier sind ja noch Steine. Das ist sehr schön. Die könnt ihr alle mal abpflücken. Und ansonsten haben wir den schon markiert. Und ansonsten würde ich sagen Oh, der Winter ist gleich vorbei. Das ist sehr schön. Dass er das Holz hier noch mitnimmt. So. Dann sehen wir weiter. So, der Weg ist noch nicht fertig, wa? So, vielleicht noch einen Bilderer einsetzen. Bilder, ich sage immer Bilder. Bilderer. Bilder. So, noch sind wir nicht verhungert. Blacksmith ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Wichtigste, was wir brauchen, aber ein Werkzeug brauchen wir. Das ist schon nicht unwichtig. Es wird natürlich alles, was wir jetzt reinholen, wird sofort wieder beim Blacksmith verbaut. Hatten wir eigentlich bei dem Dings hier oben nach, bei dem bei dem Dings hatte der schon alles. Ja, der hat okay, der hat alles. Der wird gleich fertig sein. Der Hunter Hunting Hunting Boy. So, okay. So, der Fisch, also eine Fischerhütte für die vier Manikken, für die vier Häuschen hier, das funktioniert scheinbar ganz gut. Also, bis jetzt ist der Kreislauf, wir haben ja jetzt schon drei Jahre oder was hier? Vier Jahre? Genau, vier Jahre ohne ernsthafte Lebensmittelprobleme. Wir sind immer über den Winter gekommen. Das finde ich schon mal ganz gut. Was mich jetzt noch... Ach, oh, wir müssen auch hier wieder den Brennholzmann einsetzen. Haben wir doch schon. Warum arbeitet er nicht? Ach, weil er kein Werkzeug hat. Okay, alles klar. Der hat keine Axt mehr in der Klasse. Zwei von 55. Null von 32. Eieiei. Naja, mal gucken nicht. Glaub nicht, dass es schon mal ein Let's Play gab, wo einer ohne Felderwirtschaft hier angefangen hat. Das nenne ich wirklich Hardcore. Hardcore kriegt ihr nur bei Ufo, Mann. Den richtigen Hardcore. So. Ja, hier nimmt das alles mit. Habe ich ja schon markiert. Erstaunlicherweise braucht ihr ewig. Ach, ihr habt ja kein Werkzeug. Deshalb. Kann es sein, dass wir jetzt gar nicht mehr weiterbauen können, weil wir kein Werkzeug haben? Es könnte durchaus sein, dass wir jetzt hier den totalen Engpass haben, weil wir gar kein Werkzeug mehr haben. Das würde dann bedeuten, wir müssten doch noch mal von vorne anfangen. Der Brunnen ist mittlerweile fertig, also wenn es jetzt anfängt zu brennen, aber lassen wir es mal drauf ankommen, ein Experiment, ob wir hier aus der Situation jetzt mit Geduld und Spucke wieder rauskommen. Das war es schon wieder. Wir sehen uns dann morgen noch mal. Da kommt noch eine Folge Banished und da kommt auch mein Gäste-Server mit einem neuen Gast. Eine Stunde Minecraft-Gäste-Server mit einem Gast. Interessante Interviewgespräche. Und am Sonntag kommt ja die Spielevorstellung von einem neuen Spiel, was garantiert noch keiner von euch kennt. Wenn doch. Ich glaube es aber nicht, das kennt gar keiner. Dann habe ich auch schon wieder ein neues Let's Play in Planung. Da wird wohl was anderes für wegfallen. Ich weiß noch nicht was. Don't Starf werde ich auf jeden Fall noch weitermachen. Bei Banished bin ich mir noch nicht so sicher, ob da für mich jetzt hier noch was rauszuholen ist. Macht natürlich Spaß, werde ich auch weiter spielen. Aber es gibt ja so viele neue Spiele. Innerhalb von einem Monat kommen schon wieder so neue, viele neue Indie-Spiele. Und meistens ist ja bei mir so, wenn ich ja nicht Spielmechanik so halbwegs begriffen habe, dann fängt das Spiel an mich zu langweilen. So. Gut, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss. Mal gucken, ob wir hier klarkommen, ob das irgendwie noch funktioniert. Tschüss.